Gut, dass es sich aufgegangen hat. Also nochmal, du bist deutsch? Ja. Ja, top. Hallo, das ist mein... Ey, ich find die unfreundlich. Merkst du jetzt schon wieder, wie krass die am hacken sind, ne? Ja, Digga, die Mutter ist aber aus der Farbe. Folgen wir unbedingt auf Twitch? Paul, werden wir irgendwann nochmal auf Twitch streamen zusammen? Ähm... Lol, deine Mutter ist lol. Ich bin so komisch. Das war der falsche Hopki. Meine Autoballs funktionieren nicht mehr, hallo? Ach, ich hasse diesen Bug. Schön. Warte mal, warte mal, warte mal, Delay mal. Äh, okay. Bitte verdammt. Oh, rechts, 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 rechts. Also, er hat mir 20 Hits gegeben, bevor ich geturnt habe und er kriegt es trotzdem nicht geschissen. Okay, ich bin raus, tschüss. Das war's auch wieder mit der Folge. Verlege, lasst 10 Likes da bitte. Schau mal in den Chat, wie der Suka schreibt. Für alle, die dies nicht wissen, Suka schreibt man nicht so. Mal wieder ein klassischer... Ja, der Suka schreibt man mit Def, das ist logisch. Ne, aber das ist mal wieder so ein klassischer Fall von Wannabe-Russe. Vorm Haus einer Veranda. Ich meine, ich beleidige die ja auch ganz gerne auf Russisch, so ist es nicht. Aber wenn ich auf Russisch beleidige, weiß ich, wie man sie schreibt. Verlege gerade uns, fällt mir noch irgendwer ein, was ich sagen möchte. Paul, möchtest du was sagen? Hat's gerade nicht. Ja. Die Runde haben wir wegen mir abgegeben. Nein, die Runde haben wir wegen einem Gegner abgegeben, der so leicht die Kettel anhat. Der andere ist ein Blödmann, so viel kann ich dir mal sagen. Vielleicht hilft dir das ja. So, Kollege. Ich hätte ihm zugetraut, dass er dich jetzt instant trifft. Boah. Lul. Du hast mir einfach mal einen kompletten geilen Schuss da durchgegeben und der jetzt trotzdem refused. Oh Mann. Wie willst du Risky von ihm, wie dumm spielt denn der Typ? Okay, Digger, ich will die abziehen, ich will die abziehen. Kill Confirm Power, Double Kill Confirm, wir können keine Pistole verlieren. Weißt du, und vor allem, wenn jeder einen Kill Confirm hat, dann wird das ja im Prinzip alles klappen. Also ganz kurz schreibt mir ein Bananen-Toast-Boot in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, dass die Typen ganz klar ob die Basis hacken. Äh. Was? Hält mich geholt, ohne mich anzugucken. Kein Russe, der soll nicht so tun, als wäre er einer. Na, jetzt instant nach oben pushen mit einer MP, die Runde brauchen wir. Keiner zu sehen auf deren Seite. Letzter unten drin. Komm, der muss low haben. Schön. Das ist ja schön. Das könnte sein, dass ich dir jetzt vielleicht ein bisschen Wüten gemacht habe, also ich meine ganze Scheiß, ja. Ach so, unser Gegner ist Ranked 2 mit einem 17.000er Ping oder was? So Typen sind mir ja prinzipiell immer die Liebsten. Was ist denn der Typ? Dann können wir den schön einkesseln. Ja, der ist am Stein. Wie ist der? Wie ist der durchgekommen? Kollege. Schau mal, was er schreibt. Schau mal, was er schreibt. Weißt du, was ich darauf sage? Ping. Äh, Lügner. Einfach schlecht. Gild. Sag ich jetzt mal einfach dazu. Könnt ihr ja stimmen. Okay, die Typen haben auch nur Ob. Vielleicht nicht mehr, nehm ich an. Aber momentan ist es so ein, in etwa, was ich im Plan bin, ja? Ja, dann habe ich. Wie recht du hast. Oder wie rechts du hast. Natürlich habe ich recht. Okay, die laufen auch immer, pushen auch immer alleine. Aber die Typen haben so komisch in der ersten Half gedrückt. Man denken könnte, dass sie sich gleich anfangen zu spinnen. Vor allen Dingen, wir sind hier in der Lobby. Ein Typ Level 2 und 170er Ping. Und der 170er Ping zieht uns praktisch mehr oder minder alleine ab. Der eine steht, kommt da vielleicht langgelaufen. No. Oh, moin. Alter, jetzt drücken die wieder ganz anders. Ja, schön. Sehr schön. Schreibt Noob, er schreibt okay, schreibt nein. Wir sind gut. Wir haben... Sehr schön, sehr schön. Bietet sich das an? Null, der ist hochgekommen. Ja, ich bin tot. Die Dornas Oh, nice, Graffiti Hab ich noch nie gesehen, war es eh noch ein paar Nichts wert Dann, wie viele Likes wollen wir für die geile Runde sehen? Also wie viele Likes, Kommis und Abos Wollen wir auch für die Runde sehen? So 300 Millionen Durch 200.000 Folg mir auf meinem Instagram und auf meinem Twitter Da gibt es ein bisschen Stuff aus meinem Leben Wie gesagt, das ist alles unten irgendwo verlinkt Bis dahin, ciao Darf du auch noch Tschüss sagen, wo du willst? Wiedersehen, Ringerhorn Ich bin staatlich anerkannter Rechtsträger